Bitte hör auf, mir solche Bilder dazu führen. Ich will wissen, was der Print der Erde macht. Ich will so etwas sehen. Wenn du nicht sehen willst, warum hast du dann überhaupt das Heilige Vollerbenbild? Es ist sehr wichtig für mich, für Usagi. Für mich, für Usagi. Wenigstens du solltest dir über deine Motive im Klaren sein. Es gibt keine Unklarheiten. Und selbst wenn, ist es denn wichtig, ob ich das für mich oder für Usagi befrage? Wie jeder vorankt von einem einzelnen Funken entwacht wird, kann schon der kleinste Unterschied große Konsequenzen nach sich ziehen. Nur wenn dein Herz klar und rein ist, wirst du die Zeichen richtig deuten. Es gibt keinen Zweifel. Es ist Usagi. Und diese Usagi, ist das auch wirklich wichtig? Ja, natürlich ist das hier wichtig. Dann wollen wir noch einmal sehen, wie wichtig es hier wirklich damit ist. Ich weiß, ich sollte nicht weinen und traurig sein. Aber Mammo-chan, wie kann ich glücklich sein, wenn du nicht bei mir bist? Musik Jäger dich, denkst du? Es gibt die Welt, wie man einen Tag Ich weiß, dass es nicht einfach für dich ist, dass ich nicht in deiner Nähe sein kann. Bleib tapfer und lächle, das wunderschöne Lächeln, das ich so sehr an der Liebe habe. Und denk immer daran, egal wie weit wir voneinander entfernt sind. Ich trage dich meinem Herz. 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 Prinzessin, bitte beruhigt euch. Es wird alles wieder gut. Ich bin sicher, er hat nur sehr viel zu tun. Er wird sich bald melden. Aber sitzen lassen. Ich vermisse ihn. Ich fühle mich nur alleine. Aber du bist nicht allein. Er ist allein. Lass den Kopf nicht. Lass den Kopf nicht hängen. Wo kommt denn die Kleine auf einmal her? Sitze, Mama. Sie sieht uns alle ewig. Ja? Du hast recht. Nein. Du bist aber ein Mädchen. Wie heißt du denn? Chibi. Und wo kommst du her? Chibi. Aber... Wo sind denn deine Eltern? Die können ein kleines Mädchen mit dich doch nicht einfach alleine wissen. Chibi. Eltern. Brabbeldi, brabbeldi, bumm. Chibi. Aber jetzt mal im Ernst. Wie können Eltern so verantwortungslos sein, und ihr kleines Mädchen einfach mal leiden lassen? Ich werde... Ich werde... Was machen wir denn jetzt? Wir können sie auf keinen Fall hier alleine lassen. Du hast recht. Auf der anderen Seite des Tages ist eine Cafeteria. Bestimmt müssen die Eltern noch mal ein Stück hoch. Wir kommen auch noch ein Stück hoch. Und nebentang ist eine Eisdielein. Da verlieren die Leute an die Kinder haufenweise. Wir sollten sie bei der Polizei melden. Sie ist eine Mama. Sie ist zu viel aus wie aus dem Gesicht geschnitten. Das kann nicht sein. Du weißt, in jeder Generation kann die Mondkönigin nur EIN Kind gewähren. Aber... 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 Das kann kein Zufall sein. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Sorg du dafür, dass du sie nicht verlierst, bis wir mehr über sie wissen. Sitzende Mama, ich möchte ganz schnell nach Hause, okay? Will ich nicht noch einkaufen gehen? Ja, aber ich möchte Puchino Mama doch unbedingt das Ding zeigen, was wir uns hier gezeichnet haben. Ich glaube, Puchino hat jetzt keine Zeit. Du? Und ich? Und Puchino? Chibi? Und das geht's! Wie leicht sie sich von ihrem Kummer ablenken lässt. Und wegen des Herzschmerzes dieser Kleinen gehöre, was du das heilige Feuer beläst. Du bist unfair. Zusagellte, außer diesen manchmal vielleicht ein bisschen trottelächeln. Aber sie versuchen immer anderen zu helfen, wie du siehst. Selbst wenn sie selbst leidend. Wenn ich einst nie in Frage stellen würde, ist es ihre Aufrichtigkeit. Und das sollten gewisse großkotzige Feuerdämonen auch nicht. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Sieg in deinem Inneren schlummer die Kraft einer ungezügelten WAMF! So voller Entschlossenheit. Ab der Entschlossenheit allein genügt man nun halt nicht, um ans Ziel zu kommen. Was meinst du damit? Man braucht auch dich. Getäuscht! Einen einmal eingeschlagenen Weg zu verfolgen. Kostet es, was es wollen. Egal wie lange es dauert. Ich verstehe nicht, ob ich dir verfolgen kann. Vielleicht solltest du einmal Menschen sehen, die wirklich verzweifeln nach etwas tun. Vielleicht lernst du mir so eine Lektion über das Buch. Aber das schlossen bleibt. Und die wirkliche Hände in ihr im Inneren. Ich bin wirklich sehr glücklich und für euch. Ich bin wirklich sehr glücklich und für euch, wenn ich sie ihr zum Beispiel kommt. Sch inspires mich sehr glücklich und für euch. Ich bin ganz am Ende. ja 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 Deriese Die Schau, 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 schau. Musik Storyless あなたは夜のよりだけに Catch you once up すればもたない そのまま待っていて欲しい 必ず会えるよ Shunting of fire edges 描いていない 彼らが ステージ 描いていない Applaus Applaus Wir singen Tag zu Tag Und sie ist immer noch nicht aufgetaucht Dabei war ich so sicher, dass sie beide scheißen würde Ich fühle genauso Dann, warum? Wir müssen nur weiter unsere Lieder für sie singen Und dann klauen Alles tun wir doch Immer und immer wieder Dann soll sie noch abgesäuert ist Ja, es hat niemand für uns entschieden Wir haben beschlossen, dass Thayer unser Anführer sein soll Alles, was wir jetzt tun können, ist zu vertrauen Auch wenn der Zählerkristall verschwindet Die Prinzessin Sie ist sicherlich auf dieser Erde Und wartet auf uns Wir müssen weiter unsere Lieder für sie singen Und daran glauben Ich laufe Und mehr Ich werde weiter singen Ich bin bald wieder da Sehr Wieder zur Lango? Wir haben keine Zeit, um so ihr Schicksal den Kopf zu verbrechen Und dennoch Mache ich mir Sorgen um sie Was ist das für ein Produkt, die Welt uns verlassen? Unser Lieder ist eben immer noch Im Training Was ist das für ein Kind? Ich schreibe mir so komisch an Das tust du doch selbst Jeden Morgen vom Spiegel Ist das nicht die kleine Du sagst ja im Moment Chibi Oder so Chibi Chibi Giftunterhalt Das ist ihr Name scheinbar Amos Suchst du jemanden? Chibi Chibi Ich schreibe mich immer noch so komisch an, oder? Tu was! Hör mal! Kleine! Du kannst ja nicht einfach so da rumrennen Bestimmt Such, du sage ich schon überall Ne? Suchen? Finde! Zeig, was ist das? Kann ich das mal sehen? Nein! Das gehört ganz sicher unserer Prinzessin Also jetzt gib es mir bitte Nein! Gib das hin Chibi, Chibi Ist alles in Ordnung? Hab keine Angst Was wollt ihr von ihr? Müsste ich nicht sagen Das hat dich nicht zu interessieren Ich will auch nicht von Leuten wissen Du hast das Kind bedroht Lachhaft Wie bitte? Denkst du, ich will nur eine Ausnahme Nur weil wir nur eine Lüge zu wissen? Ja, Pippen Das hat zu uns keinen Sinn Wir wissen jetzt, wo es ist Und wir werden es uns wohl Aber Wer sollte davon erfahren? Kommt! an kam Vielen Dank.